Hallo meine lieben Pokpo-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Part. Ich werde mal schauen, ob ich ihn so vielleicht immer mit online und nicht online abwechsle. Aber auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil immer jemanden zu finden ist halt auch so eine Sache. Allerdings, wie ihr sehen könnt, habe ich mittlerweile alle Charakter freigeschaltet. Nur die Mies habe ich noch nicht, aber ich habe gehört, die Mies sollen gebuff worden sein, aber das finde ich jetzt nicht so tragisch. Wen spielen wir denn heute? Ich habe Lust auf... Haben wir Melinda schon gespielt? Außer im Online habe ich die, glaube ich, bisher noch nicht gespielt, ne? Ich feiere Melinda ja extrem. Wir werden mal mit Melinda spielen. Ihr habt mir auch gesagt, ich soll die Items wieder einschalten, einfach für... Kann ich verstehen, das sind halt so ein paar casual Videos mehr so. Und einfach für den Unterhaltungseffekt ist wahrscheinlich... Mit Items viel witziger. Deswegen sollte das, denke ich, mal auf jeden Fall passen. Okay. Pam, Partykracher. Gegen Dachkans habe ich jetzt nicht so die Probleme, weil Projektil-Spam ist gegen Melinda gar nicht so gut. Oh, ein Helfer-Trophäe. Habe ich sie gerade... Ich dachte gerade, ich hätte die runtergeschmissen. Leute, ich dachte gerade, ich sterbe mit der Helfer-Trophäe. Trauerigster Tod überhaupt. Oh, Crystal, nice. Was ist Crystal? Partykracher. Was lag da vorne? Oh. Oh, Essen. Äh, ja, nice. Läuft schon mal ganz gut. Ich liebe... Wie hat er sich jetzt gerade selber getötet? Ich liebe ja die Angel von Melinda, muss ich sagen. Also, Melinda ist echt so ein Charakter, der hat aktuell bei mir so High-Main... Habe ich gerade die... Der hat bei mir auf jeden Fall High-Main-Potenzial. Okay. Ach nein. Ich will das hier... Pam. Schade. Hätte er klappen können. Okay, jetzt will ich die Kanone. Mit so viel Prozent. Pam. Alter, das ist so strong. Helfer-Trophäe wird sich gegönnt. Und jetzt wieder die Kanone. Pam. Pam, pam. Oh, die war leer. Wer ist das eigentlich? Ist der aus Castlevania? Ist das Dracula? Oh, das ist Dracula, ne? Ist der tot? Ne. Partykracher. Oh. Okay, wir leben noch. Okay, wir leben noch. Oh, ne, wir sind tot. Man, ich wollte den Priest docken. Okay. Oh ja, das wird ein Baseball-Ende. Ich sag's euch, Leute. Das werden wir mit einem Baseball-Ball-Banden. Und. 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 Home run. Ha. Alright. Okay, das lief ganz gut. Auch wenn wir hier die Items sehr in die Karten gespielt haben. Melinda ist aber so sick. Oh, ne, wir nennen das so nice. Also ich. ist sehr erfrischend. Alright. Das Match-Up hier habe ich tatsächlich schon ziemlich häufig gespielt. Gegen Särgen. Verdammt. Das ist so dumm, dass der, ähm. Oh, oh nein. Du kannst nicht den Pokéball nehmen. Eskala. Bin ich gerade umgefallen wegen dem Eskala. Oh, lol. Okay, die ist krass. Nein, 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 nein Okay, das wird ein Challenge, die mit Belinda zu bekommen. Alright. Nice. Wie sick. Okay, das war nice. Okay, los, Flauschling. Das war sehr, sehr sick. Ich weiß nicht, wie schlau die KI ist. Yo. Übertreib halt. Also diese Power-Dinger sind immer so broken. Oh, die brennt. Die Kiste. Verdammt. Ich vergesse immer, dass danach noch ein Tornado kommt. Ja, chill mal. Oh, nee. Oh, ich will die Sonne haben. Nein. Was hat der für ein Item gerade gehabt? Dass er wieder komplett geheilt ist. What the fuck? Da war ein Herz oder so, ne? Oh, Gott. Helfer-Trophäe. Nein. Und jetzt kriegt er noch die scheiße Helfer-Trophäe. Ich krieg zu viel. Wir waren einfach richtig gut im Vorsprung. Und jetzt kriegt er noch den Smashball wegen der Kacke-Helfer-Trophäe. Halt deinen Maul. Hat er mich erwischt? Ja, hat er. Das ist sehr effektiv. Dummes Spiel. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde Items auch super lustig. Aber das ist schon echt traurig, wenn... Mann, so heftig von Items gefickt wird. Oh, Mann. Richtig, richtig sad. Egal. Lassen wir uns nicht von unterkriegen. Machen direkt weiter. Das ist echt traurig. Das ist richtig traurig. Okay, gegen den Wolf. Gegen den pinken Wolf. Den können wir besiegen. Alter, der ist halt auch echt stark. Alles klar. Oh nein. Okay, wir haben die Heilbombe. Die behalten wir erstmal. Und jetzt auch noch das Heal-Feld. Okay. Da würde ich auch noch ganz gern reingehen. Ach, Duncan True. Darf ich immer eben ganz kurz. Dankeschön. Nice. Okay, wir sind wieder im Vorsprung. Alter, woher kommt schon wieder der andere Pokéball? Junge, jetzt kommt hier Tornado-Action. Ich bin Smashbar hoch. Ich bin damit auch noch. Nein, 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 nein. Wer hat den? Jetzt hat er ihn. Wow. Oh, ich weiß, mein Lieben. Jetzt hat er ihn nicht mehr. Ha! Oh, er hat ihn schon wieder. Ich weiß halt nicht, was er kann. Ich weiß halt nicht, was er kann. Ha! Die scheiß Bananenkanone. Oh, fuck. Der hat mich voll erwischt, ne? Äh, Alter, mit der Musik. Ich bin so außen tot. Ja. Der wird sich aber gegönnt. Oh, mir wird mal nice. No, ich weiß. Muss ich mal. Box den. Ja, oder? Spring halt in den Tod. Ich weiß echt nicht, aus welchem Spiel er ist, aber irgendwie ist der lustig. Oh, nice, ein Warpstern. Oh, nein. Fuck. Oh, nice. Okay, er ist tot. Okay. Oh, nice. Oh. Na toll. Los, Melinda. Ebt der das? Ah, fuck. Jetzt chill mal mit deiner Bombe hier. Alter, Wolf. Macht so viel Schaden. Oh, und Smashbar. Wenn er den jetzt auch noch bekommt, dann ist komplett over. Okay, nice. Hab ich ihn erwischt? Nein! Ich hätte einfach ein bisschen länger warten müssen. Ist er tot? Ah, ha. Easy. Das ist sick. Das ist wirklich sick. Die G-Royce. Entschuldigung, ich benutze die G-Royce für zu wenig. Alright. Ich würde sagen, ein letztes Match machen wir auf jeden Fall noch. Fühlt sich echt gut, dann hätte ich alle Charaktere zu haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon alle Charaktere habt. Oder ob ihr noch dabei seid, die freizuschalten. Ich habe bisher noch nichts vom Story-Modus gespielt. Durch die Traurik. Aber ich habe den nächsten Lager Zugfahrt vor mir. Und da werde ich den dann wahrscheinlich so ein bisschen in Angriff nehmen. Ich habe die einfach über Versus freigeschaltet. Okay, jetzt gegen Snake. What the fuck? Der Hammer. Der ist so dumm. Ich wünschte, dieses Schild hätte eine nice range. Nein. Gib mir die Bombe. Nein. Der hielt sich viel zu krass. Den ganzen Vorsprung, den ich mir aufgebaut habe. Ja, jetzt bin ich natürlich ein Rückstand. Das ist so dumm. Essen, gib mir Essen. Jetzt kriegt er noch das ganze Essen. Ich kriege zu viel. Ich kriege zu viel. Das ist mein Smashball, das ist ja bewusst. Das ist auch kein Fake-Smashball, oder? Hä, wieso hat der auf einmal... Hat der jetzt ernsthaft durch seine Kackmine den Smashball bekommen? Was ein Sp... Was ist das? Na, komm. Oh, jetzt ist er wieder... Fuck, hier, Bombe. Und jetzt hat er wieder die scheiß Zielbombe, Alter. Ich kriege die Krise. Halt dein Wach! Okay, bitte irgendeine krasse Helfer-Trophäe. Hier, die wird weggeschmissen. Ich habe keine Prozente. Jetzt fick den Kugelbiddy. Okay, ist er tot? Oh, der hat so eine krass Recarry. Wo war der Pogba da? Los, Alola-Kogba. Ach nee, der macht einfach gar nichts, ne? Okay, noch eine Helfer-Trophäe. Ach, ich habe jetzt schon wieder viel zu viele Prozente. Los, Zero. Tötet ihn doch. Ich muss hier mal kurz eben rüber. Alola-Kogba. Da ist nämlich noch eine Helfer-Trophäe, die ich dann hätte. Okay. Nice. Und Meisterball. Jetzt gerade kommen aber die Items des Todes. Ja, viel Spaß, ne? Ist scheiße mit so vielen Items. Oh, Labrador ist irgendwie gar nicht so nice. Der hat schon wieder 100%. Oh, ein Helfer-Trophäe. Ist der aus Bayonetta? Ist das der? Ich glaube schon, ne? Okay, nice. Oh, ja, ja, ja. Das ist der auf jeden Fall. Ich will ihn zwei Spiele. Diesmal will ich ihn aber auch. Und er hat ihn wieder. Und der... Warte. Der steht jetzt ernsthaft in der Luft? Okay, okay, okay. Und er hat dieses Ding, womit er mich einfach mit 0% besiegen kann. Okay, gut. Ich will es scharfe Curry. Okay. Das wird echt close, ne? Nein! Nein, 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 nein! Leute, ich hoffe, der Part euch gefallen bin, ja? Lasst bitte ein Mitleids-Like da, press F to respect. Und ja, trauriges Ende. Leute, ich habe es euch gefallen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.